Willkommen in Deutschland, Schüler. Wir sind endlich hier. Was heißt diese Stadt? Das ist Praderstein in Bayern. Ja, wir bleiben zwei Tage da. Herr, Frau, was ist das? Das ist das Reisebüro. Und was ist das? Kannst du nicht lesen? Das ist ein Polizeiauto. Oh, danke. Mein Deutsch ist nicht so gut. Jason, komm her, du darfst nicht in dem Polizeiauto sitzen. Das tut mir leid, Frau. Okay, komm mit mir. Wir gehen jetzt zum Bahnhof. Ihr sollt auf dem Bürgersteig sein, nicht auf der Straße. Okay, da vor uns ist der Bahnhof. Jeder deutsche Staat hat einen Bahnhof oder vielleicht mehr. Ah, ihr habt zwei Stunden Freizeit. Geht in den Bahnhof und holt Geld aus dem Automaten. Ihr braucht genug Euro für die nächste Woche. Ihr müsst auch etwas zum Mittag holen. Wir treffen uns um zwei Uhr nachmittags hier vor dem Bahnhof. Habt ihr Fragen? Nein, mein Deutsch ist nicht so gut. Ich habe Durst. Und du? Ja, ich habe großen Durst. Was möchtest du trinken? Wir sind in Deutschland. Wir sollen ein Bier trinken? Aber Frau hat gesagt, wir dürfen kein Bier trinken. Frau wird uns nicht finden. Na ja, gehen wir zu unserem Hotel. Das wird sie uns nicht finden. Dann, mal was. Ich bin so müde nach der Reise. Habe schon den Schüssel für mein Hotelsimmer. Mich kommen. Nein, ich bin so müde nach der Reise. Ich bin so müde nach der Reise. Ich bin so müde nach der Reise. Okay, dann gehen wir. Jason, er, Josh, Jason, was macht ihr da? Ähm, wir haben Durst gehabt und wollten etwas zu trinken. Und was trinkt ihr? Ähm, eine Cola? Nein, das ist Bier und Bier für euch ist verboten. Wohin gehst du? Jungen? Und Victoria, Ethan, was macht ihr da? Ähm, ich brauche ein neues T-Shirt. Und ich brauche meinen Sonnenbrillen. Ihr wisst, ihr dürft nicht allein zusammen in einem Hotelsimmer sein. Schnell, Victoria, aus der Tour. Wartet, ihr müsst warten. Haltet, habe ich gesagt. Was sagt sie? Mein Deutsch ist nicht so gut. Ich bin auch in Deutsch 1 wie du. Und ich weiß, sie sagt's da. Wir können nicht halten. Sonst würden wir nach Hause gehen müssen. Haltet! Schüler! Wartet auf mich! Dann schneller! Ihr werdet Hausarrest bekommen! Nein, naja! Mann, nein, nein! 0, werdet Hausarrest bekommen! 0, werdet Hausarrest bekommen! Sonst 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 9, 11, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 11, 13, 11, 12, tradition. Vielen Dank.